Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist The Bunker. Ja, wir spielen weiter. Ich bin gerade am überlegen, wo ich gerade bin. Ich weiß, dass ich hier durchgehen muss. Ich habe hier irgendwas weggemacht. Aha. Das ist immer schön, wenn eine Woche dazwischen ist und man es arbeitsmäßig nicht anders schafft. Aber das finden wir schon raus. Alles gut. Kann ich hier was tun? Nur angucken. Okay. Der schnauft so laut. Ich glaube, da war irgendwas mit Druck oder so, ne? Ah, hier ist noch was. Oh, das Spiel ist mittlerweile sehr ruhig geworden. Kaum sagt man sowas, ne? Ich frage mich ja immer noch, ob es draußen wirklich verseucht ist. Oder ob das aber schon längst raus könnte. Ähm, wo soll ich jetzt damit hin? Ich habe das eventuell zu früh gemacht. Okay, wir schauen einfach mal. Ich denke, damit könnte ich die Masch... Ah! Ich fisch... Ja, nimm den halt einfach. Okay. Okay, ähm... Werden wir ihn los. Hier rein. Tschüss! Okay. Neuer? Die Ersatzfilter. Die Ersatzfilter. Achso, er nimmt den nicht selbst. Okay. So. Ich muss hier mal kurz meine Haare übers Ohr machen. Ach, weicher. Gut. Und da rein. Ich bin ja gespannt, ob jetzt wieder alles funktioniert. Heute wieder ein Earl Grey. Okay. 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 fertig. 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 Ähm... Ach du Schande. Jetzt weiß ich's wieder. Letztes Mal habe ich doch an der Stelle hier aufgehört. Gott, der hat nur weiter vorne gespeichert. Und deswegen war das nicht mehr mit dabei. Oh Gott. Und deswegen war das nicht mehr mitgegangen. Oh Gott. Ah. Ah. Oh. Oh. Ich habe ein Achievement bekommen. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Also irgendwas, irgendwas ist hier gründlich schief gelaufen. Kann ich hier irgendwie rüber? Ah, okay. Hab keine Angst, alles wird gut. Voll die schlimmen Erinnerungen und irgendwas ist mit dem Arm. Dann noch die Panikattacken, oh Gott. Komm mal morgens... 5. Oh, Scheiße. Das fängt ja nicht so gut an heute. Oh. Oh Gott, das muss ich jetzt selbst behandeln. Shit. Was macht ihr gerade so während des Streams? Essen. Guten Appetit. Ist sehr lecker gerade, glaube ich dir. Kann ich irgendwas machen? Nee. Er kümmert sich selbst. Okay, ich trinke einen Schluck. Arbeiten. Ekelhaft. Ah. Boah. Ich bin heute Morgen und dann so high. Ich verstehe es nicht. Und sie ist noch besser. Vomiting, Bleeding, Diarrhe, Levephilie... Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Natürlich kann es. Das Ort wahrscheinlich lebt wie ein Sieg. Es war bei der Lowe's Bidder. Keiner hat es gedacht, dass es eine Real War war war. Ich weiß, dass wir hier sicher sind. Aber ich glaube, George, ob Sie ihn glauben? Ich bin sorry. Nein, wir haben alle sehr viel Druck. Margaret, wir haben den Dane, wir haben. Ich bin der Topland. Du und Evelyn haben es für Mrs. Harrison. Aber es gab zwei unbauten bottles da, auf dem Mond. Wir müssen uns auf dem Topland. Wir können nicht... Was ist es? Nichts. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir müssen uns aufhören. Du schaffst es schon. Deine Mutter war Ärztin. Du kriegst das hin. Du hast die richtigen Kiene. Aber ich lese hier immer Artischocke. Bleib bescheuert. So. Wir haben es Gott sei Dank gehört. Und wissen jetzt, dass das hier die richtige Flasche ist. Achso, lesen. Lindern, Gamma, Hexachlor, Zyklohexant diente der gezielten Behandlung von Läusen und Scabies bei Patienten, die auf adäquate Dosen nicht ansprechen oder Intoleranzen gegenüber anderen Therapien aufweisen. Vermeiden Sie Kontakt mit dem Gesicht, den Augen, der Nase oder dem Mund. Spülen Sie betroffene Regionen bei Kontakt mit der Lösung mit reichlich Wasser aus. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Lindern eingenommen wurde oder die Reizung anhält. Tragen Sie Lindern nicht auf offene Schnitte oder Wunden auf. Dadurch könnte der Körper einen zu großen Anteil des Wirkstoffs aufnehmen, was gefährliche Folgen haben könnte. Bewahren Sie Linda bei Raumtemperaturen auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Hitze. Okay. Zurück. Zurück. Ich hab's gelesen, ja. Auf einmal tatscht er die Hand rein. Hat er eine Arterie erwischt, würde ich es drin lassen. Ich hoffe mal, er hat keine erwischt. Ich hab so ein bisschen Angst gerade, irgendwie weiterzumachen. Ich denke immer, vielleicht kann ich noch was anderes tun. Also, auf mich wirkt es so, als würde er es jetzt wirklich komplett stabilisieren und es drinnen lassen. Und eventuell sogar doch rausgehen und gucken, ob man vielleicht draußen schon wieder überleben kann. Er spielt das halt so unglaublich gut, finde ich. Okay, also irgendwie gibt jetzt hier alles einfach den Geist auf, ne? Komplett. Warning. Offline. Radiation Level ist irgendwie viel zu hoch. Ja. Dreht gerade komplett durch. Okay. Das heißt, weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier.